Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sun of the Forest. Wir müssen auch mal essen und trinken. Wir sind gerade aufgestanden. Neuer Tag, neues Glück. Gewitter. Es gibt wieder Gewitter. Gewitter und das Gewitter. Gewitter in noise. In noise. Ja, essen. Ist draußen, ist da noch ein bisschen fischig, bevor da alles weggammelt wieder. Ne, halt bei uns war ja das so. Oder? Ne, warte mal. Welches war jetzt das, wo wir hinwollten? Das bei uns oder das andere? Das ist bei uns, ne? Das ist bei uns, ja. Wir werden ja eh wahrscheinlich beide machen. Oh, hat es nicht ganz gefangen? Ne, ist ein Hase. Das bei uns war das Loch, wo wir gewuddelt haben. So, das heißt, wir müssten da runter. Wir haben mal entweder das da unten, oder das sind kein D-Drucker. Ja. Halt, wartet auf mir. Wartet. Das da unten? Dann hab ich eigentlich am Schatz. Äh, 88 Jahre. Da, 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 da. Und ich düse, 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 düse im Sauseschritt. Und bring den Speer mit. Auf meinen Himmelsritt. Aber es, es, es sollen 25 Waffen geben. Na, ich weiß nicht, wie viele haben wir denn jetzt gefunden? Ich, ich, ich gehe so Richtung 80 Stück aus. Äh, da kommen noch welche, was weiß ich. Aber... Na gut, die Schaufel auch als Waffe? Platz ist noch da. Ja, damit kannst du welche töten. Na ja, geht so. Also, vielleicht ein paar Pistolen noch? Oder eine auf jeden Fall noch? Ja, eine Pistole. Einen Bogen. Einen Kettensägel. Einen Bogen müssen wir auf jeden Fall noch kriegen. Einen Kettensägel. Das wissen wir ja. Armbrust. Sonst weiß ich auch nicht. Und hier kommt ja auch nur Strom rein. Das haben wir auch schon ein Trailer gesehen. Ja, so lange. Was? Es soll so lange lang kommen. Ja, das ist doch nicht. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht zu komplex. Ich glaube, das kommt eher zu komplex. Das ist auch ein dritten Update. Hast du dein Spielwerk verloren? Ja. 2 Tage. Das stimmt, ey. Oh. Oh. Ich will nicht von deinem Raum untersuchen. Oh. 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 Ich habe einfach auf. Es wird zumindest nicht so geläffelt. Wahrscheinlich schrot alle. Ja, das kann sein. Also der Auto schrot. Ich habe nicht mehr auf den Weg durch. Ich fokke jetzt einfach mal wieder Kairin. Ich kann leider nichts hören, das ist so verdammt laut hier. Äh, hä? Jetzt sind wir beim 3D-Druck, oder? Ich glaub ja. Nee, schon, da war ja schon die, nee. Die essen. Ja, Bruder. Boah, Katten sollst du nicht was zu suchen, Alter? Nicht. Ach ja, das war die Hülle, wo wir uns erschreckt haben. Ja, nie erschreckt. Diesmal war ich drauf vorbereitet. Ich auch, und ich hab kurz gezockt. Ah, okay, jetzt sind wir hier. Ja. Wollen wir mal kurz gucken, ob die noch wieder Gehirnstücke rumliegen? Ja. Ja. Oh, das ist nicht aufgegriffen. Ja. Ja, geil. Lecker Gehirnwürfel. Okay. Mal kurz schnell was zu futtern. Ein bisschen Fleisch, ein paar müßliche Regeln. Hilfe. Hilfe. Ich bin stark. Hahaha. Uh, Gemüseabteilung. Oh nein. Hey, nicht weitergehen. Wieso? Ich weiß nicht, wer das aufgemacht hat. Ich. Ich nicht. Ach so. Oh, wir warten auf alle. Oh, Gemüseabteilung. Hi, hier sind auch noch Gehirnstücke. Darf man da nicht rein? Klar. Aber wir wollen alle immer zusammen. Wir sind ein Team. Da sind ganz viele Babys. Was? Ach, deswegen geht keiner alleine da rein. Okay. Pflanzen. Dass man die Babysäcke ballert. Boah. End dem Baby-Arsch. Achtung. Mh, hier wächst Kresse. Lecker. Können wir davon irgendwas mitnehmen? Mit so ein bisschen Blattsalat oder sowas? Uh, die Armbrust. Wo ist das? Geil! Und warum, oh, der schimmelt glaube ich schon. Oh, schönes Teil. Schönes Ding. Aber ich möchte trotzdem nur ein Speer haben. Okay. Hier läuft ein Generator. Oh, okay. Oh, okay. ich hatte jemand spaß mit der anbrust aber warum warum haben sie sich da pass auf deswegen hilfe ja hat abgewixt ok ist ein farbpatron hier habe ich keine batterie mehr und meine batterien alle mitgenommen und ich habe meine batterien alle abgedeckt hier unten ist alles auf dem wasser ok hier unten wird ja wahrscheinlich noch irgendwas sein oder denke ich doch mal ok hier unten haben sie aber anscheinend ja auch nichts mehr angepflanzt das heißt es muss ja schon vorher umgepustiert sein nicht dass ich gleich ein hain oder sowas kommt ich war hier ist dafür nochmal die plüten wollte ich auch gerade sagen ein klassiker wir gucken uns nicht irgendwie gerade dran denken ich das so sehen muss ich an die an die situation denken mit dem koch ja genau der küche genau ok hier kann man hinten weiter was der herr ja hier bin ich noch nicht reingegangen es gibt noch einen seitenreinweg ja kommando zentrale kommando zentrale ok ach du scheiße was ist das denn iiih was ist das denn ah das ist eine aufzeichnung dass sie da sind die und auf einmal verwandelt sie sich die sehen alle aus wie die gottes noch ganz normal ja es gibt mehrere karten und da fing sie an one more artefakt 2 sind sehr reloaded to the cube die puff das muss ja heißen oder so dass es über die luft kommt das ist über essen eingenommen haben weil die haben diese kleinen häppchen gemacht diese kleine hirne weil es sieht ja aus wie so eine wie so eine party irgendwie eine karte die ip schlüsse ich habe noch einen schrubblendenaufsatz gefunden doch wo nach dem frank auch manchmal übersieht das einfach so schnell ja noch irgendwo was was man vielleicht ist der gleichen schrubblendenaufsatz also ja ok er ändert sich nichts ich dachte ein anderer aber nö ich habe beide drauf ich habe noch gar keinen drauf so kommen wir hier weiter äh ja das war das essen guck mal hier das war das essen das war diese gehirne das heißt wenn wir die essen wären wir auch so ich nehme sie mal mit ja ich habe sie auch mitgenommen ja vielleicht vielleicht kannst du eintauschen ich glaube nicht dass das gehirne sind oder so es sind glaube ich hier wie heißen denn diese kleinen fleisch dinge das häppchen ich glaube dass das die versucht haben mit dem artefakt mit dem schnell wachsenden fleisch zu erzeugen das kann sein dass noch und wahrscheinlich hat das geklappt bis sie das artefakt angemacht haben ja oh ich habe hier ich habe ein kleid an oh schick danke oh ich habe ein kleid hinten nice schön mit blümchen schön blau mit blümchen hier kann man ins wasser rein hinten das kleid habe ich auch im schrank ähm ok ups warte mal es gab einmal so ein bodum oder da kann man runter gehen hier ist ein loch das ist ein loch ja ich komme warte warte ich guck grad ob hier noch irgendwas liegt ich bin schon mal vor ach du und du kommst auch so kommt gerade ins bild reingewackelt ja ich hätte ein neoprien an zu kommen die habe ich vermissen oh ja da ist einer oh auch pass auf bebis 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 mehrere achtung wasser äh 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 vielleicht kann man die anlocken äh 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 der hat mich in die wand gedrückt hui das das wird aber aber das kann ich blocken das ist und her warum kann der hier stehen und wir nicht warum kann der hier stehen und wir nicht allgemein das das baby nicht hätte was die die größer oh gott äh die 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 hätte mir hier abgeschlossen so ist seiner wüste baby ich kann dieses baby im wasser nicht treffen weil dabei zu auch noch immer mutanten auf ja gar nicht zu spät Warte mal, ich seh jetzt mal das Ding hier auf. Warte. So. Was bin ich da? Ach ja, so. Rodantenhaut ist immer gut. Ihhh, ich hatte gerade Augen im Gesicht. Aber wenn wir Neon-Green-Ans kamen, betreutet, dass es noch irgendwo eine Hochhöhle außerseits was es wahrscheinlich gibt. Na, na, na. Das habe ich hier Lust gefunden. Ich habe keine Ahnung. Oh. Oh. Also zurückkommt, ja, doch. Ja, zurückkommen. Aber ich glaube nicht, dass das so gemacht ist, dass man wirklich das braucht. Nö. Ich glaubst du mir auch nicht, ich glaub wir sind mich hier auf dem Weg zum Artefakt. Nö, ich glaub ne. Ich kann mir das selbst vorstellen. Ich glaub, dass wir nur ein Seitenteil immer haben, dass wir hinterher zu den Haupteingang müssen. Irgendwie ein Gang. Fledermäuse. Hier geht's raus. Hier geht's raus. Hier geht's raus. 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 Oh, okay. Hier waren wir schon mal. Ja. So kommt's zusammen. Ja, hier haben wir bestimmt irgendwas gefunden. Ja. Wo sind wir denn? Ich hab keine Ahnung. Ich hab' keine Ahnung. Ich hab' den Drucker, oder? Ja, ich hab' ich sagen, ne? Ja, wir machen. Ja, wir machen. Na ja, wir sagen, dass wir dann auch heute unsere letzte, oh, hallo Kevin. Letzte Person. Ich hab' den Drucker noch machen und dann Feierabend. Finde ich gut. Das war schon halb zwölf. Ja. Vor mir da durch sind es skandiert halb eins. Nö. Oh. Bestimmt so eine 10 Minuten Passage kommst du rein. Nö, guck mal. Da ist nix drin. Wahrscheinlich eingestürzt. Aber ich geh' davon aus, dass wir da, äh, den Plan klicken. wo der, äh, wo der Haupteingang ist. Oh. Hier geht eine Kiste. Du. Du. Du? Du, du, du. 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 Du, du. Du, du. Du, du. ja das ist ein kleines dürfte ja ich mache einen umweg gerade direkt vorbeigelaufen mit den lieben das sieht so hammergeil aus ich feiere das spiel so hart das schlimme ist ja meine frau mein kumpel können das spiel nicht spielen zu beschissen und die ärgerlich blöd so bock drauf keine ahnung ich bin schon richtig lauf aber ab dem falschen punkt ich habe ihn sagt aber war natürlich auch so das war nicht zum ausfahren einige sehr gut also muss sie ja eine vorher schon mal irgendjemand eigentlich gelebt haben oder wir haben ja ja und die haben wir einen golfplatz daraus irgendwie machen wollen zum golfplatz muss man auch davon verduren das ist so gut es sollte vielleicht auch mal mein stäbchen mit ausrutschen ausrutschen es ist schon spät ich habe jetzt einfach so stimmt runter und ich will schlitten fahrend ja ein bisschen schwierig oder du kannst hier ohne schnee schlitten fahren ja ja wie macht man das denn laufen springen und nach unten gucken das funktioniert hier nicht so doch das funktioniert schon so aber ohne schnee funktioniert aber ich glaube auch schnee wird würde ich gerade sagen vom berg runter das wird geil das wird nicht zuhause da machen wir zwei zwei locks links rechts immer dann bauen wir uns so eine Bobbahn das war ganz die kritik geil von oben von ganz oben abwärts und da wir alle drei schwarz sind ist das dann die jamaikanische bochtmannschaft wir machen bei olympia mit olympia für wohnen ich dachte wir wären Inder achso also ich bin schwarz ja ich ja auch aber so aber so wenn ich die Leute so angucke die die aussehen so würde ich Richtung Inder gehen ok ich weiß nicht ich halte mich aus dieser Konfusation gerne raus das sind ja nur Vermutungen ja dann ist ja keine Anspielung auf irgendwas das wollen wir nur klarstellen ich kriege da hätte ich das ein biech ab ja weil bei mich außerdem warum wenn ich anfange baumwolle zu pflücken dann wird es schwierig wenn wir die versklaven koffer c4 zack taubkei nennt er mehr auf 9mm muni 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 wien u 0 ich habe es auch zu taubkei ne in das mit in der nächsten folge tue Bis zum nächsten Mal.